Die US-Regierung hat dem potenziellen Verkauf von 60 Transporttubschraubern des Typs CH47F Chinook Block II inklusive eines umfangreichen Ausrüstungspakets mit einem Gesamtwert von bis zu 8,5 Milliarden Dollar, 7,8 Milliarden Euro, zugestimmt. Dies gab die für den im Rahmen von Regierungsgeschäften durchgeführten Export von US-Waffensystemen zuständige Behörde Defense Security Cooperation Agency, DSCA, in einer Mitteilung am 11. Mai 2023 bekannt. Zudem wurde der US-Kongress über die Entscheidung informiert, welcher dem Verkauf ebenfalls zustimmen muss. Aus der Bekanntgabe geht hervor, dass die deutschen Hubschrauber mit M134 Maschinengewehren, in der Bundeswehr unter der Bezeichnung MG6 eingeführt, bewaffnet und zudem über ein umfangreiches Schutzpaket sowie Ausrüstungspaket, darunter Schneekufen, sowie A-T-Systeme für Spezialkräfteeinsätze, verfügen werden. Die deutsche Regierung hat den Kauf von 60, 60, CH 47F Block II Transporthubschraubern mit kundenindividuellen Modifikationen angefragt, heißt es in der gestrigen DSCA-Mitteilung.